Bildwörterbuch Vokabeln und Beispielsätze Thema Obst Fruits Die Erdbeere Die Erdbeere Die Erdbeere Die Erdbeeren Strawberry Überleg dir einen Satz mit Erdbeere. Beispielsatz Ein Pfund Erdbeeren kostet 1,29 Euro. Ein Pfund Erdbeeren kostet 1,29 Euro. Überprüf dein Wissen. Wie heißt das auf Deutsch? Die Erdbeere Kannst du Erdbeere schreiben? Sag einen Satz mit Erdbeere. Beispielsatz Ein Pfund Erdbeeren kostet 1,29 Euro. Ein Pfund Erdbeeren kostet 1,29 Euro. Bildwörterbuch Vokabeln und Beispielsätze Obst 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 Die Wassermelonen Überleg dir einen Satz mit Wassermelone. Beispielsatz Auf dem Tisch liegt ein Stück Wassermelone. Auf dem Tisch liegt ein Stück Wassermelone. Überprüf dein Wissen. Wie heißt das auf Deutsch? Die Wassermelone Kannst du Wassermelone schreiben? Sag einen Satz mit Wassermelone. Beispielsatz Auf dem Tisch liegt ein Stück Wassermelone. Auf dem Tisch liegt ein Stück Wassermelone. Bildwörterbuch Vokabeln und Beispielsätze Thema Obst Fruits Die Banane Die Banane Die Banane Die Bananen Die Bananen Banane Überleg dir einen Satz mit Banane. Beispielsatz Beispielsatz Der Affe ist eine Banane. Der Affe ist eine Banane. Überprüf dein Wissen. Wie heißt das auf Deutsch? Die Banane Die Banane Die Banane Kannst du Banane schreiben? Säge einen Satz mit Banane. Beispielsatz Der Affe isst eine Banane. Der Affe isst eine Banane. Bildwörterbuch Vokabeln und Beispielsätze Thema Obst Fruits Die Birne Die Birne Die Birne Die Birnen Die Birnen Pir Überleg dir einen Satz mit Birne. Birne Beispielsatz Ich hätte gern drei Birnen. I would like to have three peers. Ich hätte gern drei Birnen. Überprüf dein Wissen. Wie heißt das auf Deutsch? Die Birne Kannst du Birne schreiben? Birne Sag einen Satz mit Birne. Sag einen Satz mit Birne. Ich hätte gern drei Birnen. Ich hätte gern drei Birnen. Bildwörterbuch Vokabeln und Beispielsätze Obst 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 Fruits Obst Obst Zitrone die Zitrone die Zitrone die Zitronen lemon überleg dir einen Satz mit Zitrone Beispielsatz Ich trinke eine heiße Zitrone Ich trinke eine heiße Zitrone Überprüf dein Wissen Wie heißt das auf Deutsch? Die Zitrone Die Zitrone Kannst du Zitrone schreiben? Ich trinke eine heiße Zitrone Beispielsatz Ich trinke eine heiße Zitrone Ich trinke eine heiße Zitrone Bildwörterbuch Vokabeln und Beispielsätze Thema Obst Fruits Die Kiwi Die Kiwi Die Kiwi Die Kiwis Kiwi Kiwi Überleg dir einen Satz mit Kiwi Beispielsatz Beispielsatz Kiwis enthalten viele Vitamine Kiwis enthalten viele Vitamine Überprüf dein Wissen Wie heißt das auf Deutsch? Die Kiwi Kannst du Kiwi schreiben? Sag einen Satz mit Kiwi Sag einen Satz mit Kiwi Beispielsatz Kiwis enthalten viele Vitamine Kiwis enthalten viele Vitamine Kiwis enthalten viele Vitamine Bildwörterbuch Vokabeln und Beispielsätze Thema Obst Fruits Fruits Die Weintrauben Die Weintrauben Die Weintrauben Die Weintrauben Die Weintrauben Die Weintrauben Grape Überleg dir einen Satz mit Weintrauben Beispiele Die Weintrauben Die Weintrauben Kannst du das auf Deutsch? Die Weintraube. Kannst du Weintraube schreiben? Sag einen Satz mit Weintraube. Beispielsatz. Wein wird aus Weintrauben gemacht. Wein wird aus Weintrauben gemacht. Bildwörterbuch. Vokabeln und Beispielsätze. Obst. Obst. Fruits. Der Apfel. Der Apfel. Der Apfel. Die Äpfel. Die Äpfel. Apple. Überleg dir einen Satz mit Apfel. Beispielsatz. Die Äpfel hängen am Apfelbaum. Apples hang in the apple tree. Die Äpfel hängen am Apfelbaum. Überprüf dein Wissen. Überprüf dein Wissen. Wie heißt das auf Deutsch? Der Apfel. Äpfel. Kannst du Apfel schreiben? Apfel. 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 Sag einen Satz mit Apfel. Beispielsatz Die Äpfel hängen am Apfelbaum. Die Äpfel hängen am Apfelbaum. Bildwörterbuch Vokabeln und Beispielsätze Thema Obst Fruits Die Kirsche Die Kirsche Die Kirsche Die Kirschen Die Kirschen Cherry Überleg dir einen Satz mit Kirsche. Beispielsatz Der Kirschkuchen schmeckt lecker. The cherry pie tastes good. Der Kirschkuchen schmeckt lecker. Überprüf dein Wissen. Wie heißt das auf Deutsch? Die Kirsche Kannst du Kirsche schreiben? Sag einen Satz mit Kirsche. Beispielsatz Der Kirschkuchen schmeckt lecker. Der Kirschkuchen schmeckt lecker. Bildwörterbuch Vokabeln und Beispielsätze Thema Obst Fruits Die Ananas Die Ananas Die Ananas Die Ananas Pineapple Pineapple Überleg dir einen Satz mit Ananas. Beispielsatz Eine Ananas braucht Sonne, um zu wachsen. Eine Ananas braucht Sonne, um zu wachsen. Überprüf dein Wissen. Wie heißt das auf Deutsch? Deutsch Die Ananas Die Ananas Kannst du Ananas schreiben? Wenn Sag einen Satz mit Ananas. Beispielsatz Eine Ananas braucht Sonne, um zu wachsen. Bildwörterbuch Vokabeln und Beispielsätze Thema Obst Fruits Überprüf dein Wissen. Wie heißt das auf Deutsch? Deutsch Sag einen Satz mit Erdbeere. Wassermelone Wie heißt das auf Deutsch? Sag einen Satz mit Wassermelone. Wassermelone Wie heißt das auf Deutsch? Deutsch Sag einen Satz mit Banane. Sag einen Satz mit Banane. Sag einen Satz mit Banane. Jahrhundert Wie heißt das auf Deutsch? Ich höre ein Satz mit Banane. Sag einen Satz mit Birne. Wie heißt das auf Deutsch? Sag einen Satz mit Zitrone. Sag einen Satz mit Kiwi. Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Sag einen Satz mit Weintraube. Sag einen Satz mit Weintraube. Wie heißt das auf Deutsch? 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 Bildwörterbuch Vokabeln und Beispielsätze Thema Obst Fruits 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 Fruits